Die Schattenseite des Solarbooms. Söder will den Masterplan zur Wiedereinführung der Wehrpflicht entwickeln. Künftig ist es am Ballermann verboten, auf offener Straße Alkohol zu trinken. Crazy. Der Rückblick auf das Wochenende. Maßnahmen gegen Sauftourismus. Alkoholverbot am Strand und auf offener Straße. Mit drastischen Regeln will die Regionalregierung der Balearen gegen Sauftourismus auf Mallorca und Ibiza vorgehen. Die Geldstrafen bei Zuwiderhandlungen sind happig. Künftig ist es am Ballermann verboten, auf offener Straße Alkohol zu trinken. Die Regionalregierung der Balearen gab einen entsprechenden Erlass heraus, der in verschiedenen Partizonen auf den Inseln Mallorca und Ibiza untersagt, auf offener Straße oder am Strand Alkohol zu trinken. Die Maßnahme soll vor allem den sogenannten Sauftourismus eindämmen, unter dem die Insel seit vielen Jahren leidet. Das, Ladies and Gentlemen, ist der sogenannte Mexit. Mallorca tritt aus dem Bundeszusammenschluss der Länder Deutschlands aus. Das ist der Mexit. Das war's mit Mallorca. Damit ist Mallorca aus der Bundesrepublik ausgetreten. Die verschärften Vorschriften sollen in den nächsten Tagen in Kraft treten. Dafür müssten sie im Amtsblatt veröffentlicht werden. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht. Aber es soll in den kommenden Tagen erfolgen, heißt es. Und jetzt hört mal zu, Alter. Personen, die mit offenen Bierflaschen oder Dosen am Strand oder auf öffentlichen Plätzen erwischt werden, riskieren eine Geldstrafe in Höhe von 500 bis 1.500 Euro. Bruder, das ist schon zehnmal der Mallorca-Urlaub auf dem Billigflieger dahin. 500 bis 1.500 Euro. Habt ihr mal gesehen, für wie viel die Leute nach Mallorca fliegen? Wenn die das früh genug buchen, haben die da teilweise 20 bis 60 Euro pro Flug. Das ist absolut verrückt. Und das ist natürlich wild. Dies gilt sowohl für Urlauber als auch für Einheimische. Der mallorquinische Hotelier-Verband FEHM verteidigte das härte Durchgreifen der Behörden. Ziel sei die Beendigung des unzivilisierten Tourismus in den vier Gebieten, die unter seinen Auswirkungen leiden. Das Dekret für verantwortungsvollen Tourismus betrifft Teile der Gemeinde Palma und Luzmaio auf Mallorca. Darunter die deutsche Urlauberhochburg Playa de Palma östlich auf der Inselhauptstadt sowie die britische Partizone Megaluf westlich von Palma. Es gilt auch für San Antoni de Portemani auf Ibiza. Jede dieser vier Zonen erhält jährlich 4 Millionen Euro zur Umsetzung des Dekrets, finanziert aus den Einnahmen der Tourismussteuer. Vom Verbot ausgenommen sind Terrassen von Bars und Restaurants sowie andere ausdrücklich für den Konsum von Alkohol zugelassene Plätze. Auf den zahlreichen Partybooten darf weiterhin Alkohol ausgeschenkt werden. Allerdings müssen fortan eine Seemeile Abstand zu den vier betroffenen Zonen und Stränden eingehalten werden. Außerdem dürfen sie in diesen Zonen keine Gäste mehr aufnehmen oder absetzen. Crazy. Das ist eine richtig gute Bewegung. Die ganzen dauernd besoffenen Mallorquini-Besucher da, Digga. Das ist richtig gut. Und das Wichtigste, was so passiert zu sein scheint, ist zumindest im Zusammenhang mit den Ereignissen des Eurovision Song Contestes. Nemo aus der Schweiz gewinnt. Hoppschweiz! Alle Stelle. Mit dem Titel The Code hat Nemo den Eurovision Song Contest für die Schweiz gewonnen. Deutschlands starker Isaac landete im Finale in Malmö auf dem 12. Platz. Überschattet wurde der Eurovision Song Contest von Protesten gegen Israel. Nemo aus der Schweiz hat mit dem Lied The Code den Eurovision Song Contest gewonnen. Nemo wurde mit 591 die meisten Punkte, wie in der Live-Show in Malmö bekannt gegeben wurde. Damit gewann die Schweiz erstmals seit 1988, als Célie Dion die Trophäe bekommen hatte. Hoppschweiz! Zweiter wurde der Musiker Baby Lasagne aus Kroatien mit dem Lied Rim Tim Tagi Dip. Na klar. Es folgte die Ukraine, Frankreich und Israel. Deutschland landete mit dem Sänger Isaac und dem Song Always on the Run auf dem 12. Platz von 25 Finalisten und beendete die jahrelange Serie von den letzten und vorletzten Plätzen. Deutschland hat keine Nullpunkte und das ist für Deutschland sehr gut. An dieser Stelle kann man da einfach mal gratulieren. Zusätzlich aber dazu auch, auch war der Abend von israelfeindlichen Protesten vor und in der Halle im Bürsch hattet. Sie richteten sich gegen die Entscheidung der Veranstalter, Israel trotz der Gaza-Krieges antreten zu lassen. Kritiker werfen den Veranstaltern in dem Kontext Doppelmoral vor, weil die EBU Russland wegen der Angriffskriege gegen die Ukraine ausgeschlossen hatte. Bei den Protesten führten Polizisten, Klimaaktivisten Greta Thunberg, deren Mutter vor 15 Jahren beim ESC für Schweden den 21. Platz geholt hatte, mit anderen Demonstrierenden vom Platz vor der Arena ab. Kurzer Funfact, die Mutter von Greta Thunberg war vor 15 Jahren beim Eurovision Song Contest. I didn't know. What? Bei ersten Demonstrationen am Abend hatte die Polizei die Stimmung unter den 6.000 bis 8.000 Teilnehmern noch als friedlich beschrieben. Bei der deutlich kleineren Versammlung vor der Halle griffen die Einsatzkräfte dann jedoch stärker durch und sperrten den Platz ab. Mehrere Menschen wurden draußen wegen Störungen festgenommen. Ja, die Mutter von Greta Thunberg hat beim Eurovision Song Contest mal ganz mittelmäßig abgeschnitten. Ein weiterer Skandal überschattet den Eurovision Song Contest zusätzlich. Der Niederländer Joost Klein wurde aufgrund eines Ereignisses vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen. Erstmals ist mit dem Niederländer Klein ein Künstler kurz vor dem Finale vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen worden. Zu den Gründen gibt es nun weitere Erklärungen. Auch der Umgang mit der israelischen Teilnehmerin sorgt für Schlagzeilen. Eklat in Malmö. Erstmals in der Geschichte des Eurovision Song Contest ist ein Teilnehmer vom laufenden Wettbewerb ausgeschlossen worden. Wenige Stunden vor dem Finale verkündete die Europäischen Rundfunkunion, EBU, das Aus für den Niederländer Joost Klein. Grund dafür sind Polizeiermittlungen, nachdem eine Frau aus dem Eurovision Song Contest Produktionsteam Anzeige erstattet hatte. Nach ARD-Informationen soll Klein die Frau geschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag nach dem zweiten ESC-Halbfinale. Laut dem niederländischen Fernsehsender Avrotos hängt der Vorfall mit unerwünschten Filmaufnahmen zusammen. Zitat Entgegen klar getroffener Absprachen wurde Joost gefilmt, als er gerade von der Bühne kam und in den Greenroom, der Bereich, in dem sich die Künstler aufhalten, eilten musste. Teilte Avrotos mit. In diesem Moment gab Joost wiederholt zu verstehen, dass er nicht gefilmt werden wolle. Dies wurde nicht beherzigt. Dies führte dazu, dass Joost eine bedrohliche Bewegung in Richtung der Kamera machte. Dabei hat Joost die Kamerafrau nicht berührt. Der Sender kritisierte den Ausschluss Kleins als unverhältnismäßig. Avrotos ist Teil der niederländisch-öffentlichen-rechtlichen Rundfunks, NPO. Auch dort wurde die Disqualifizierung Kleins bedauert. Die NPO hält dies für eine sehr drastische Entscheidung. Für die Millionen von Song-Contest-Fans in den Niederlanden und in anderen Ländern Europas sei dies eine Enttäuschung. Man werde den Verlauf des Ereignisses nach dem Wettbewerb mit allen Beteiligten eingehend bewerten. Der Ausschluss hat auch nach Aussagen der EBU nichts mit Kleinsverhalten gegenüber der israelischen Sängerin Eden Gorland zu tun, wie vorher gemutmaßt wurde. Er hatte sich bei ihrer Befragung auf der Pressekonferenz die niederländische Flagge über den Kopf gezogen und dazwischen geredet, was als respektlos gewertet wurde und als Ausdruck seiner Kritik an Israel. Alter, was? Das muss man sagen, das ist ein Eurovision Song-Contest, der seit Jahren mal richtig spicy ist. Also neben den Protesten gegen Israel vor dem Event und auch während des Events immer wieder, ist das eine, also das ist krass. Und tatsächlich muss ich sagen, ist Just Klein mit Europa-Paar einer meiner Favoriten gewesen und auf dem zweiten Platz, beziehungsweise den zweiten und den dritten Platz lag Norwegen oder so und neben Nimo. Also das war, dass die Schweiz, die Schweiz hat ganz oben mitgespielt, das war übelst krass. Das war übelst krass und kann man sagen, schon sehr wild. Sehr, sehr wild. Also man muss natürlich dazu sagen, beim Eurovision Song-Contest geht es nicht um Musik, sondern um so ein Favoritenspiel, also so ein gefühltes, gefühlten Favoritenspiel zwischen Nationen. Das ist so, das ist, also, man kann da sehr, natürlich subjektiv sehr, sehr, Musik immer sehr subjektiv, aber bei der Punkteverwertung geht es eigentlich hauptsächlich darum, irgendeiner Nation zu sagen, dass man sie sch*** findet. Verteidigungspolitik Bayerns Ministerpräsident Söder will den Masterplan zur Wiedereinführung der Wehrpflicht entwickeln. Es brauche rasch einen Masterplan, sagte Söder. Bundesverteidigungsminister Petorius müsse zügig vorgehen, wann und wie viele Soldaten Deutschland brauche und wie eine moderne Wehrpflicht ausgestaltet werden könne. Dazu benötigt man auch ein finanzielles Konzept. Der CSU-Chef sprach sich für eine weitere Anhebung der Verteidigungshaushaltes auf drei Prozent des Bruttoinlandproduktes aus. Auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Wüstner, mahnte eine schnelle Wiedereinführung der Wehrpflicht. Es gehe nicht mehr darum, ob diese wieder eingeführt werde, sondern nur noch um das Wie. Wüstner plädierte dafür, in einem ersten Schritt die Erfassung und Musterung schnellstmöglich wieder zu realisieren. Der Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, Bartels, hatte zuvor ein Verfahren geworben, bei dem junge Frauen sowie Männer gemustert werden. Aus den wehrtauglichen ließ sich dann Freiwillige auswählen. Digger, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin wirklich zwiegespalten, weil ich kann hier nur mit anekdotischer Evidenz auffahren. Und ich sage einfach mal anekdotische Evidenz. Ich persönlich bin natürlich so alt, dass ich im Rahmen meines Lebens noch einer Wehrpflicht unterlag. Ich wurde also gemustert und ich habe dieser Musterung entgegengeführt, also entgegen, das war halt scheiße. Also ich fand die Musterung an sich scheiße. Aber ich habe denen gesagt, ey, du scheiß Militärtyp, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich habe mich nicht ausmustern lassen, sondern ich war Kriegsdienstverweigerer. Und Kriegsdienstverweigerer hat mich automatisch zu einem Zivildienstleistenden gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ich muss sagen, die Zeit als Zivildienstleistender im Gesundheitssektor, ich war in einem Krankenhaus, in einem Herz-Katheter-Labor, die war für mich sehr besonders. Also ich habe davon unheimlich profitiert, persönlich und weiterentwicklungstechnisch auch. Also ich habe mich sehr, ich habe mich weiterentwickelt durch die Zeit. Ich habe Patienten betreut, ich habe Dinge gesehen, die ich niemals, niemals gesehen hätte. Und das war nicht gut im Punkto Finanzen, das war nicht gut im Punkto, ob das meine Ausrichtung war. Das hat mich beruflich nicht in eine weiterqualifiziert, hat es nicht. Aber holy shit, habe ich einen Respekt vor Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Holy shit, habe ich einen Einblick in das Gesundheitssystem zu dem Zeitpunkt gekommen, der mir ein bisschen mehr Verständnis gegeben hat für Sachen. Holy shit, habe ich verstanden, wie solche Prozesse ablaufen. Und holy shit, hat mir das für die Zukunft eine Perspektive gegeben, die ich sonst niemals gehabt hätte. Ob das Scheiße war oder nicht, aber es war zumindest ein prägendes Ereignis für mich, dass ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Und das ist etwas, nochmal voll anekdotisch, und ich kann verstehen, dass junge Leute der Wehrpflicht gegenüber jetzt wirklich, dass das nicht cool, ich glaube auch nie, dass das damals cool war, niemand fand das geil. Ich fand, also ich muss sagen, ich fand den Zivildienst, ich hatte große Probleme im Zivildienst so, ich habe auch immer Storys dazu erzählt, aber ich sage, wie es ist, Alter, das hat mich nachhaltig geprägt. Und auch erfahrungstechnisch weitergebracht, wirklich weitergebracht. Aber nochmal, ich kann jegliche Kritik diesbezüglich verstehen, ich kann es nur anekdotisch machen. Ich habe die Wehrpflicht abgelehnt, also ich habe die Musterung abgelehnt, ich habe gesagt, ich nehme keine Waffe in der Hand und schieße auf andere Leute. Ich habe den Ersatzdienst geleistet und den habe ich auch geleistet mit der Erfahrung, dass ich da einen Mehrwert mitgenommen habe. Tut mir voll leid für Leute, die das nicht gemacht haben oder die das nicht konnten. Tut mir voll leid, dass Leute da irgendwie gefühlt reingemissen haben oder dass das nicht gut funktioniert hat, aber für mich war das echt wild. Sehr, sehr wild. Ich will es nur mal hinzufügen, das ist natürlich, kann jeder für sich selber machen. Streit um das Rentenpaket 2. Mehrere FDP-Politiker haben sich für eine Einschränkung der Rente mit 63 ausgesprochen. Der fortgezogene Ruhestand sei zu teuer und entziehe dem Arbeitsmarkt wertvolle Fachkräfte. In der Ampelkoalition gibt es weiteren Streit um das Rentenpaket 2. Mehrere FDP-Politiker dringen nun auf spürbare Änderungen. FDP-Generalsekretär Bijan Dijir Sarai sprach sich nun für eine Einschränkung mit der Rente mit 63 aus. Zitat, die Statistik zeigt, dass die Rente mit 63 dem Arbeitsmarkt wertvolle Fachkräfte entzieht. Und welchem Magazin sagt der FDP das, um einfach einen sachbezogenen Bezug zu haben? Natürlich sagt die FDP das der Bild-Zeitung. Klar, Digga. Angesichts des Fachkräftemangels müsse die Politik die Debatte fair und sachlich führen, fügt er an. Wer länger arbeiten möchte, solle dies unter attraktiven Bedingungen machen können. Ja, attraktiven Bedingungen wie beispielsweise die Idee, dass Überstunden Steuervergünstigungen erhalten. Vollkommen der falsche Ansatz. Arbeitsstunden allgemein sollten im Zuge der Einkommenssteuer ein bisschen entlastet werden, damit man mehr Netto von seinem Broto hat. Aber das muss man natürlich nicht alleine machen. Das ist eine Maßnahme, die zusammen mit der Reaktivierung der Vermögenssteuer gemacht werden kann. Ja, das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall. Da redet keiner von, weil die alle im Rahmen dieser komischen Angst vor Maximalverdienern irgendwie im Leben dahin schwelgen. Also die Klientelpolitik kann die FDP ja auf jeden Fall nicht machen. Ansonsten wird es ein bisschen wild. Ebenfalls der Bams sagte der sozialpolitische Sprecher, die FDP-Bundesfraktion Pascal Korber, die Rente mit 63 sei sehr teuer und schade dem Arbeitsmarkt. Weiter sagte er, das muss jetzt einfließen in die parlamentarische Beratung zum Rentenpaket 2. Denn klar ist, die Rentenkosten müssten runter. Ja, gut, gut, alles klar. Das Arbeitsministerium von Hubertus Heil und das von Christian Lindner geführte Finanzministerium hatten sich im März auf eine teilweise Kapitalgedeckung der gesetzlichen Rentenversicherung geeinigt. Das Rentenniveau soll für die Zeit von 2025 bis 2029 auf 48 Prozent festgeschrieben werden. Die Beiträge sollen mittelfristig steigen, 20 bis 2035 auf 22,3 Prozent. Aus den Reihen der FDP gibt es jedoch seit längerem Forderungen nach Nachbesserung. Die FDP im Bundestag hätte angekündigt, dem Rentenpaket in der jetzigen Form im Bundestag nicht zuzustimmen. Sie fordert einen geringeren Anstieg der Rentenbeiträge ab 2028 und eine Ausweitung der sogenannten Aktienrente. Ey, diese Partei ist sehr frustrierend. Nicht nur, dass sie zusammen mit Heil und Lindner haben das zusammen vorgestellt, sondern jetzt daran so rum, es ist schon wirklich fucking weird. Oh mein Gott, Alter, das ist so merkwürdig. So merkwürdig. Die Schattenseite des Solarbooms. Die Nachfrage nach Solaranlagen ist ungebrochen. Doch in der Branche gibt es auch zweifelhafte Firmen, die von ihren Kunden hohe Vorauszahlungen verlangen und dafür keine Gegenleistung erbringen. Seit fünf Jahren lebt Familie Kopp ohne Dach über dem Kopf. Lediglich eine Plane schützt ihre Haus vor Wind und Wetter. Bereits 2019 wollten die Kops ihr Dach mit Solarziegeln neu entdeckt. Dazu zwei Stromspeicher anschließen lassen. Frau Kopp erinnert sich, dass die Firma ein Komplettangebot vorgelegt habe. Rückbau des Altdaches, Entsorgung, Aufbau des neuen Daches und so weiter. Also wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. So müsse man nicht verschiedenen Firmen miteinander koordinieren, sondern nur warten, bis es fertig sei und sich dann freuen. 155.000 Euro zahlen sie für das Paket. Keine Leistung trotz Anzahlung. Doch aus dem Traum der eigenen Solaranlage wurde ein finanzieller und juristischer Albtraum, der bis heute anhält. Das Dach ist mittlerweile ein Sanierungsfall. Der verantwortliche Betrieb zahlungsunfähig. Für die Beauftragten eines anderen Solarbetriebs fehlte es der Familie an Geld. Mindestens 18 weitere Kunden derselben Firma konnte Tagesschau recherchieren. Allein allen ist es zwischen 2022 und 2023 eh nicht ergangen. Einige haben trotz hoher fünfstelliger Anzahlung keine Leistung bekommen. Andere nur teilweise oder mit erheblichen Mängeln. Also aufpassen beim Solarankauf. Dass die Branche boomt und das führt dazu, dass logischerweise auch Skamas passiert. Erheblicher Skamas. Naja, damit war es das auch schon. Reicht ja auch, ne? Reicht ja auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017